Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkrokum, Vita hier. Heute geht es um die Dividenden und Werteentwicklung von meinem Aktien-Sparplan-Depot. Jeden Monat Dividende für den Dezember 2019. So, hier befinden wir uns in meiner Excel-Tabelle, die habe ich ja wie auch die letzten Monate vorbereitet. Wir sehen hier oben meine Unternehmen, die ich bespare jeden Monat. Fangen wir hier mit Cisco Systems an bis hin zur McDonalds. Die beiden in, ich sag mal, bräunlicher Farbe, das ist Toronto, die Medienbank und einmal Boeing. Das sind Unternehmen, die ich natürlich nicht jeden Monat bespare, sondern halt, wenn ich die Dividende von 25 Euro zusammen habe. Aber die in schwarz markiert, das sind ja die Monatsbesparer, sag ich mal so, wo ich jeden Monat 25 Euro pro Aktie investiere. Ja, das ist aber jetzt nicht Teil des Videos eigentlich. Ich wollte einmal runterscrollen und dann sehen wir auch hier die Tabelle. Ja, da sehen wir von März 2018, wo ich gestartet habe, vom ersten Monat bis hin zum 22. Monat. Das ist jetzt der Dezember 2019 gewesen. Und wenn ihr schon mein letztes Video dazu gesehen habt, könnt ihr halt feststellen, dass es ein Rekordmonat für meinen Aktien-Spaplan war. Und zwar waren das Jahr im Dezember 28 Euro an Dividenden. Ja, das war bis jetzt die größte Auszahlung von meinem Aktien-Spaplan-Depot. Gesamt habe ich ja etwa 290 Euro an Dividenden erhalten in den ganzen 22 Monaten. Und für den Jahr 2019 waren es 225 Euro. Das sehen wir hier vorne. Ja, die Wettentwicklung, also das Depot stand 2019, 31.12.2019 bei etwa 12.830 Euro. Davon sind ja, ich glaube, so 2.500 Euro Kursgewinne, also Buchgewinne. Und den Rest hatte ich ja eingezahlt gehabt. Hier auch eine schöne Grafik dazu, wie sich die Dividende entwickelt hat in den letzten Monaten. Also vom Monat 1, denn 0 war ja da vorne, also bei 0 und dann geht es hoch. Bis zum 22. Monat sind wir also eine steigende Linie, kann man sagen. Der Durchschnitt ist ja auch immer mehr geworden. Aber man hat ja auch teilweise hier zwischendurch mal einen kleinen Einbruch gehabt, wo es ein bisschen weniger Dividenden gab. Wir können hier zum Beispiel sehen, im Juli gab es von 18 Euro auf 17 Euro. Und dann war wieder 19 Euro, deswegen halt wieder nach oben. Also man sieht, im Großen und Ganzen sind das wirklich Steigerungen gewesen die letzten Monate. Und seit Juli 2019 gab es ja nur Steigerungen der Dividenden. Also schon fast ein halbes Jahr, kann man sagen. Dann gibt es nur eine Richtung und zwar nach oben geht es hier in den letzten halben Jahren. Jeden Monat bekomme ich immer mehr Dividenden. Hier können wir es nochmal in Balkenformen nochmal sehen. Schön sehen, dass man hier zwischendurch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Monate, wo es ein bisschen weniger geworden ist. Aber im Großen und Ganzen ist es immer mehr gewesen. Wie ja schon erwähnt, hier sehen wir auch die Dividenden von 2018 und 2019. Also man sieht doch schon eine enorme Steigung gegenüber von 2018. Da hatte ich ja nur 63, 64 Euro gehabt und wie eben erwähnt 225 Euro 2019 schon. Also eine durchaus schöne Steigung von viermal so viel. Dann haben wir hier die Wertentwicklung, die haben wir auch schon gesehen. Das war hier vorne 12.830 Euro. Das stehen wir hier vorne. Also auch immer höher. Hier gab es ja mal zwischendurch mal eine kleine Dellen. Dreimal waren das ja hier. Das war, weiß ich gar nicht wann das war. Das war glaube ich 2019 Januar, Dezember. Und dann auch nochmal im Mai meine ich, war ja auch nochmal gewesen. Und jetzt vor kurzem ja auch noch. So, beim Großen und Ganzen auch hier nach oben. Also was immer mehr. Dann habe ich noch eine Grafik mitgebracht. Die sind ja, die habe ich glaube ich seit letztem Monat eingefügt. Hier sehen wir die Entwicklung des gesamten Dividendeneinnahmen. Also es ist blau, es ist dunkelblau markiert. Das ist die gesamten. Und die hellblauen, das sind die aktuellen Monatsdividenden. Also man sieht, die werden auch immer mehr. Die Balken, also die Größe wird immer größer. Und insgesamt natürlich auch, also die Dividende steigert sich natürlich jeden Monat bei mir. Und das natürlich einfach nur für dieses Jahr. Ja, das war es dann auch schon. Mein aktueller Stand, oder der Stand zum Dezember 2019. Wie gesagt, Dividende, Rekord, 28 Euro. Insgesamt Dividenden, 290 Euro für 2019, 225 Euro. Und Depotwert, Entschuldigung, mein Handy. Und das Depotwert liegt bei fast 13.000 Euro, wobei etwa 2.500 Euro Buchgewinne sind. Ja, ganz zufrieden. Das Jahr 2019 kann man also hiermit abschließen mit diesem Video. In den nächsten Videos geht es dann wieder ab Januar Performance wieder los. Was wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen schon online kommen wird. Weil wir sind ja schon am Ende des Januars. Genau, heute ist der 29. Also noch ein paar Tage. Und dann habe ich auch die Dividenden von 2020 Januar auch alle zusammen notiert. Und dann kommt das Video für 2020 Januar raus. Ja, also, im Großen und Ganzen kann man sagen, das war ein erfolgreiches Jahr. Meine Dividende ist jeden Monat, fast jeden Monat gestiegen. Und mein Depot ebenfalls. So, dann war es das für dieses Video. Ja, habe ich alles gesagt. Genau, so. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö.